Herzlich Willkommen zur CoffeeCup Learning Einheit Digitale Lernkarteien erstellen. In dieser Einheit lernen wir die Tools Quizlet und GoConquer näher kennen. Als erstes Tool wollen wir Quizlet genauer unter die Lupe nehmen. Nach erfolgter kostenloser Registrierung können wir schon loslegen. Quizlet bietet eine Vielzahl an bereits von anderen Nutzenden erstellten Lernsets, die genutzt werden können. Durch Eingabe des gewünschten Begriffs im Suchfenster werden diese angezeigt und wir könnten bereits mit dem Lernen starten. Wir wollen allerdings unser eigenes Lernset erstellen und klicken dafür auf Erstellen. Nun vergeben wir einen Titel für unser Lernset, in unserem Fall Parts of the Body. Außerdem können wir hier bestimmen, wer unser Lernset sehen, verwenden und bearbeiten darf. Wollen wir, dass alle Quizlet-Nutzenden unsere Ressource verwenden dürfen, können wir die Voreinstellungen beibehalten. Sollten jedoch nur ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer unser Lernset verwenden dürfen, so müssen wir die Einstellungen anpassen. Nun befüllen wir die Liste mit den gewünschten Begriffen. Zuvor stellen wir noch die Sprache richtig ein. In unserem Fall ist dies Deutsch für die linke Spalte und Englisch für die rechte. Wenn wir auf das Plus klicken, können wir beliebig viele Begriffe ergänzen. Mit Klick auf das Bild-Einfügen-Symbol können wir auch von Quizlet vorgeschlagene Bilder hinzufügen. Eigene Bilder können wir nur nach einem kostenpflichtigen Upgrade hochladen. Wenn wir alle gewünschten Begriffe in der Liste eingetragen haben, klicken wir auf Erstellen und unser Lernset wird generiert. Wir bekommen sofort den Link zu unserem Lernset, den wir an unsere Schülerinnen und Schüler weitergeben können. Außerdem könnten wir unsere Karteikarten auch gleich via Twitter oder Facebook teilen oder zu einem unserer Quizlet Ordner, sofern wir bereits welche erstellt haben, hinzufügen. Nun können wir mit dem Lernen starten. Unter Karteikarten finden wir unsere Begriffe zum Durchblättern und Anhören. Außerdem bietet Quizlet zahlreiche weitere, auch spielerische Möglichkeiten, die Begriffe zu lernen. Den Begriff Hören und Eintippen oder ein Rennen mit der Schwerkraft sind nur zwei der Lernmöglichkeiten. Mouth Weiter geht es mit unserem zweiten Tool, GoConquer. Dabei handelt es sich gewissermaßen um eine Online-Lernplattform, die nach erfolgter Registrierung zu Beginn kostenlos genutzt werden kann. Erst wenn wir eine gewisse Anzahl an Lernsets erstellt haben, müssen wir unseren Account upgraden, was aber im ersten Schritt auch noch kostenlos erfolgt. Wir starten gleich mit dem Erstellen einer Lernkartei. Hierfür klicken wir auf Erstellen und wählen Karteikarten aus. Wir gelangen sofort in den Bearbeitungsmodus und vergeben einen Titel für unser Lernset. Durch Klick auf die Karteikarte können wir den gewünschten Begriff eintippen. Wir können beliebig viele Karteikarten hinzufügen. Außerdem können wir Bilder einfügen. In der Menüleiste können wir das Layout unserer Karteikarten nach belieben verändern. Wir können die Hintergrundfarbe und Struktur anpassen und die Schrift Art und Farbe ändern. Durch Klick auf das X schließen wir unsere Ressource. Auf unserem Dashboard sehen wir unsere erstellte Ressource und öffnen diese. Wir befinden uns nun im Lernmodus. Wenn wir den Link zu den Lernkarten weitergeben wollen, klicken wir auf Handlung und weiter auf Sozial. Hier können wir den Link abrufen und kopieren. Mit GoConquer können wir eine Vielzahl anderer Lernressourcen wie z.B. Mindmaps, Quizzes, Foliensets usw. erstellen. Beide vorgestellten Tools sind außerdem als App für Smartphone und Tablet verfügbar. So wird Lernen mobil gemacht. Heute haben wir gelernt, wie wir mit Quizlet schnell und einfach Lernkarten erstellen können und welche Möglichkeiten GoConquer zur Erstellung von Lernressourcen bietet. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten. Klang über den Kartoff Also wird auf jeden Fall geöffnet und kein Geld langs mit sich mehr, die Ressource an der Gange an der Erstellungка auf dem Karmelke zu befinden. In den Taten haben wir noch einen Sinn und sicherlich festgestellt werden können. Und die Ressource wird dann selbst jederzeit begangen. Die Ressource und die Ressource zu vielfachen sind. Und behirken wir die Ressource.